Das ist wie die 49ers, als die 49ers rausgekommen sind, mit Timo Samuel, mit der Box. So, hallo, aus dem Bus, jump, jump! Bilder im Kopf, so ne Boombox. Let's go, Chats, wir brauchen jetzt euch. Den Februar Leipzig, gegen die haben wir letztes Jahr im Halbfinale gewonnen, um dann im Finale gegen Frankfurt zu verlieren. Leipzig schreck. Die wollen Revenge. Alle Bullen sind schweig. Alle Bullen sind schweig. Pieke, pieke. Let's go. Mein Tipp, Fidel, Pieke. Was tut dir? Easy win, GG. Play. Und los geht's. Hey, Junge. Pieke, pieke, pieke. Tschüss. Ich kann jeden Mal mit dem Spielgerät vertraut machen. Schön, schön, Berko mach ihn. Und jetzt die Chance. Das ist das 1-0 durch Eurich, Berko. Teufelskerl. Easy. 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 Das ist das 1-0 durch Eurich. Der hat von Duki. Mit fremden Gehübner mal. Jawoll. Jawoll. Nimm die Fans mit, Junge. Halb den Block, Junge. Block F ist unser. Die Football-Friends. Boah. Die sind nervös, Chat. Pieke. Die sind nervös, Chat. Die ist nicht nervös. Die ist nicht nervös. Ah, ist das so. Gut aufgefasst. Tried. Oh. Can ich nichts machen? Oh, Collins. Da, Collins. Banger. Und, Alun. Und, Ab. Geh, Junge. Hat Angst, den Ball zu verlieren. Ist Mu da für Sohohn? Nee, ne? Immer wenn Sohohn spielt, ist Mu nicht da. Denkt auf, wir setzen den nie ein. Oh, der ist weit. Schön! Junge! Schön! Kriegst du? Hey, Sohohn! Oh, schade. Die schwimmen richtig. Also hier, RB-Stadion ist ein Schwimmbad. Und wir doppen die richtig. Das heißt tunken. Deiner? Gekalder? Oh, ich kann aber durch, meine Freunde. Das ist sicher da jetzt. Oh, scheiße. Oh! Ja gut, das beste sicher, sicher würde ich sagen. Jetzt gibt's einen Einwurf. Die Leipzig-Punk abgeschossen, ey. Wie das? Hm. Nein. Abgefälscht. Guter Ball. Hallo, Nishika. Sie laufen diesen knappen Rückstand hier. DFB-Pokal gerade gefühlen. Gegen Leipzig. Schwach. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nix ankommt. Oh, das gibt Abstoß. Als hier so ne Fummelwuchs manchmal, ey. Die Linie wäre, Alter. Boah, Junge, gestrecktes Bein. Scheiße, wie die Gätsche. Fuck. Hm. Spiel. Oh, ich wollte noch Dich spielen. Wo ist Rikalde? Martin Marjovic. Das ist so nervös. Du schießt einmal aufs Tor, Mann. Ich will ihn zum Spieler köpfen. Köpfen vorbei. Murata. Der tut weh. Guck mal, ich will ihn... Okay, aber dann steht die Abwehr auch wieder irgendwo. Und den kann er auch wieder halten. Also der ist nicht ein genielles Wahnsinn gerade, der Keeper. Junge. Hä? Er muss jetzt reagieren. Das ist ja klar. Das sieht gut aus, aber jetzt ist die Füße wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt. 1-1. Ich spiel mir besser. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 2-1. 1-2. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-2. 2-1. Ja, also ich kann niemanden anderen spielen. Boah, den fängt er. Nee, ich verstehe diesen Menschen nicht. Hallo? Ja. Junge, die hacken da den Acosta wieder weg. Schöner Ball. Kriegst du direkt. Jawohl, zweiter. Nein. Nein. Schön. Ja. Nein. Er hat den Schuss nicht mehr angewählt gehabt. Jawohl, schade. Ich habe Schuss gedrückt, aber er hat ihn nicht gemacht. Schön gespielt, aber. Wir sind da, wir sind da. Marinovic. Ja, aus dem Ohr, schön. Schade, ich dachte auch, die wäre noch drin. Muss knapp gewesen sein, oder? Schade. Ja, das. Acosta pumpt schon. Ohr, das ist der Ballgewin. Das ist der Ballgewin. Ja. Glück gehabt. Schön Komm, Yuki Jawoll, Yuki Schade Da liegt der noch am Boden, der Schiedsrichter Hä? Ja, okay Hallo Schlaffen Ja Hey In der Red Zone kommen zu wenig Bälle an Das ist meine Analyse Tanguy in Dombäle Und da wird die Nachspielzeit angezeigt Eine Minute gibt's noch unter Scheiß, schon wieder kein Ball, der ankommt Aber der richtige Pass Vielleicht ticken zu früh 1-1, so ein dummes Gegentor Spielen eigentlich ganz gut Gegen so ein gutes Team Auswärts Acosta Hallo Scheiße Vor allem Ach, nur Leite hat Müde dabei Acosta noch kurz durchhalten Allo muss raus Kommt alles zusammen Wir brauchen die Fans jetzt Es geht weiter mit der zweiten Hälfte Die Leipziger am Anschoss Let's go Guter Pass Hey Ja, die pressen Die müssen echt immer versuchen, den Ball schnell zu spielen Schade Ich wollte es schnell machen Boah Und jetzt geht es aber los hier, Tiki-Taka Nightheart Boah, ärgerlich Den hält er Den hält er Ich werde aus dem Typen nicht schlau, der hält Bälle Wahnsinn Hält uns ins Spiel, Marinovic Ja, das ist wirklich krank Jetzt kommt Abfahrt, Junge Perfekt Boah Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball Boah Bock Schade War leider schon wieder platt Und Serginio Dest ist halt auch kein so schlechter Wer da rumläuft Müssen gleich Acosta rausnehmen Ja, schön Okay, du bist fitter Oder Berco Geiler Ball Geiler Ball Ja, ja, ja Ja, Junge Let's go Let's fucking go Clean Geiler Konter Clean as fuck Geiler, geiler Konter Stark die Platte für die Boah, passt aber perfekt Berco auch gut Und Juke macht ihn halt so Präh So, Marinovic Behave Der Pink Pose Er ist halt so ein Er ist halt so ein Baller So ein motherfucker, Junge Wo ist der Hansi Der Der buttert alles weg So Konzentration 2-1 Wird uns gut tun Ins Halbfinale Einzuziehen Des Pokals Bisschen Geld machen Bicke Wo sind die Fans Deiner Neidhardt Komm Ey Zweite Mal Vielleicht soll er langsam Komm her raus Die Football-Fans Auf 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 Zeilen Schade, aber schwer Ich laufe, ich laufe Schwierig, überzahlende Box Schlecht Das ist aber auch wild Nein! Oh Gott, Linares, wir müssen dringend wechseln, der Ball ist nicht mehr aus Er hat lange überlegt und sich nicht hauen weg Nein! Nein! Was? Ich wollte doch nur einen Foul ziehen für eine Auswechslung, ist doch kein Rot Dann reicht das für sich Niko Naitat, Junge Was ist das wieder für ein Fußballspiel? Oh mein Gott Schiri, das war's halt wirklich Aber da hätt's eben auch Rot geben müssen im anderen Spiel Den Störner rausnehmen Oh, nicht mehr so viele Defensivspieler Collins auf Außen Barry Soll's Verlängerungen geben, vielleicht wechseln Benito oder Patrick? Benito, oder? Weil es sehr defensiv spielen Oder ist das zu gefährlich? Gute Frage Für Barry, oben Wir machen so, wir machen Joe Patrick, weil der ist vielleicht ein bisschen schneller Ohioioioi Ah ne, noch was Unnötig Ah Junge Schwieriges Ding Okay, jetzt Chat, wir brauchen jetzt eure Energie Also Ah Soll sie echt nur jetzt hinten verteidigen Nicht zu weit rausrücken Und Energie sparen Schön Acosta Wechselhisch, ich ziehe da Super dazwischen gegangen Du musst laufen, du bist Patrick Da wär jetzt viel Platz für'n Konter Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan Schöner Pass jetzt Yuki ist da? Aaaaah Hetti gibt alles Um die halbe Fels sind wir gefahren Immer wieder freuen wir euch an Egal ob groß oder klein, oder ob jung oder halb Dicke für immer mein Verein Kuss Hetti Das war abseits Ich hoff da nicht drauf Weg Collins außen Schwerfen nach hinten, oder? Oh, Junge Barry Ganz schlechter Ball Mal so scheiße angenommen Mal so scheiße angenommen Neiiiiiin Boah! Hallo Kai Ich glaub der war auch nicht unhaltbar Das war so klar Immer wenn sie da rumtingeln Und keinen Zugriff haben War es ein Spiel Wir sehen die Wiederholung dieses Tores Der Ball geht Es sind drei blaue Ey Er will immer mit dem Fuß da hin Guck mal Jeden scheiß Ball auf die kurze Ecke Wenn er mit dem Fuß Was ist? Was macht er? Ja Ja Wirklich Also egal wie krass er auch teilweise hält Jetzt müssen wir auf Normal stellen Egal wie krass er teilweise hält Der hat so viele Patzer gerade Boah, Collins jetzt recht zerteiliger ist halt bitter eine Ja Leitert, weil er halt der einzige Außenspieler nicht dabei hatte Jean-Patrick Tempo vielleicht irgendwie Eieiei Eieiei Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe Und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich Sie schalten auf Angriff um Das ist wohl die letzte Alter Rot 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 Schiri 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 Schirr ich bitte dich Ey Alter Das ist jetzt wirklich unverhältnismäßig Der haut den von hinten weg Junge Pass auf Klasse Pass! Schuss bleibt in der Mauerhege. Huh! Drauf, da drauf! Komm! Na! Oh, Collins! Ball wird abgefangen. Schönes Zuspiel hier! Mitchell Diokino! Sie sind der Pickel! Oh mein Gott! Was passiert hier? Alter, was? Collins holt den Ball! Patrick! Und Juk, der eben gerade umgehauen wurde. Schön ruhig geblieben. Was passiert hier? Leipzig letztes Jahr war schon krank. Boah, Alter! Boah! Jeden Ball langschlagen, Alter! Weg damit! Der kann doch nicht aufhören! Der kann doch nicht aufhören, Freunde! Er kann nicht aufhören! Ei, ei, ei! So ein Deville! 3-2! 5 Treffer haben wir gesehen! Es steht 3-2! Das ist ein enges Spiel! Neunzester plus 2! Es gibt noch 2 Minuten oben drauf! Jawohl! Vorne! Und einfach da vorne, ja! Kann ich jetzt ab! Jetzt schon wieder, Junge! Willst du Stress? Der Gino schmerzt, Alter! Wir sind Pilger! Alle Buhlen sind schweig! Asoziale Pilger! Alle Buhlen sind schweig! Trinken nur unseren Holi! Die letzte reguläre Spielminute läuft! Drei Minuten, Schiedsrichter! Ja! 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 Alle Leipzig Innenstadt saufen! Erste Runde auf Hetti! Hasta la vista, Pickel! Für die Liste, Junge! So! Junge! Ist das krank! Duke, Alter! Vor allem nach diesem Foul, was so unfair war! Wir kassieren die Rote, die nicht! Kommt der Ball Collins da mit 1% Leben! Diesen Kopfball gewonnen! Bis dann, Alfa! Guten Appetit! Junge! Leipzig Morata! What a win! What a win! Ja, ne! Ich glaube auch, wir sind ganz kurz davor, unseren Job zu verlieren! Hätte, Junge! Hab ich Pilger vermisst! Überhaupt kein Leben mehr in der Mannschaft! Junge, Berko! Der Lupfer! Was ein Spiel, Junge! So safe midi heute! Wir wollen jetzt irgendeinen Song, der ballert! Also wirklich! Wir wollen jetzt irgendwas, was nach vorne treibt! Vorschläge in den Chat, bitte! Ja, das geht nach vorne! Das geht nach vorne, Chat! Die Hände hoch! Kolibri! Ne! Und jungen Marinovic! Der ist...